Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Black Me Wukong. So, als erstes gehen wir zum Mund. Oh, bitte meine Lexi. Oh, okay, wir kriegen von dem immer wieder ein bisschen was dazu. So, okay, himmlische, wir haben nur zwei, genau, das wollten wir. Es gibt Schnuppis. Ja, wir überspringen das mal. Mana, plus zehn. So, das ist auch nur ein neun. Das ist wirklich schön geil. Ähm, Lana, er hat nichts Neues, oder? Nein. Wie schnell... ...kommt das Zeug? Und wenn wir schon hier gerade sind, gehen wir noch schnell die Fußfesseln... ...die Fußfesseln, ne, die Fußgamaschen... ...ähm... ...Hochstufen. Okay. ...Person aus, äh, Schuhe... ...die haben wir... ...ne, wir haben die nicht... ...die haben wir gerade an. ... ...Drei schnell aufeinanderfolgen, ...perfekten Ausweichmanöver, ...eine moderate Menge Mana wieder her. Wir haben bis jetzt eine selten... ...selten mehr geschafft, ...als, äh... ...zwei. Aber das könnte praktisch sein. ...die haben auch Reben. So. Bogen auf... ...ja, doof treiben. Das nächste erhöht ist auch Opfer 10... ...äh, 9 meine ich. Ja. Einkaufwärterung können wir noch nicht. Braun bringt uns noch nichts. Laden. Kaufen. ...hat nichts mehr. Oh, there's no going back to the court now. Only drink... ...can drown my sorrows. Okay. Das geht schnell. Aber gut. Dann können wir wieder zurückreisen... ...neine Welt. Wir gehen darüber und... ...quatschen... ...hier. ...mit dem Schlangen-General. ...is mehr oder weniger das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt, was wir noch... ...also... ...hier haben wir noch vieles im Kopf, was wir noch machen könnten. Wir kommen gerade in den Sinn, es gibt ja auch noch einen anderen Weg... ...den wir nicht ausprobiert haben. Ja. 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 Oh. Ja, ja, ja. Was ist das da? Nichts. Und das tut. Okay. Gut, dass er den anderen ablenkt. So. So. Schön. Ablenken. So. Ah. Wovon greift der den an? So, lauf weg. Naja. Idiot. Äh, bevor wir es wieder vergessen. Selbstbestimmung. Gut, wie viel ist das? Ich finde es immer noch statt, dass man hier das nicht anders auswählen kann. Hätte das ausgewählt. Ja. Ich bin ein Trottel. So, hier. Wir haben drei gekriegt. Also wir kriegen jedes Mal drei. Also. Selbstbestimmung. Dann ist das drei mal 18. Hm. Echt die Welt. iniere. Oh. Ach, Prama, Fledermaus. Oh. heilen Komm, komm, komm. Dut. Oh Gott, lenke ihn ab. So, halt. So. So, halt. Was? Was, eigentlich? So. 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 Come, come, come. So. 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 Come, come, come. So. So, heil. So. 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 und hätte ihn gefressen. Gut. Naja, die eine seine Mal, als ich ihn gelähmt habe, war ein bisschen zu spät. Er warte recht vor uns und dann, als es losging, war er über uns. Tartal! Tartal! Enough with the tears. The Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Take it. As his thanks to you. Okay. Ähm. Und wo ist dieses diese Träne? Also, er war ungefähr hier und hat so eine grüne Träne runtergetränt. Oder ist es da drüben? Wir haben ja nur einen Eintrag gekriegt. Okay. Mann, der ist ja riesig. Schnell erholen. Da. Mal sehen, was das bringt. Schick Krütenträne, Trank und Mixturen. Der Tod ist so bitter wie ein... Irgendetwas. Also, zuerst einmal heilen. Das hier nehmen. Nein. Das sieht man... Oh, wir können von überall hier hingehen. Okay. Interessant. Bergbeben, Krall. Sonst haben wir hier... Longperlen. Aha. Hier, Schick Krütenträne. Bei vollem Leben stellt die Verwendung der Gurker eine moderate Menge Manna wieder. Ja. Oh. Gut. Und hier... Ah, das hier. Okay. Es wäre zwar schön, wenn man einfach so Manna wieder kriegen würden über Zeit wie Ausdauer. Vielleicht nicht so schnell, aber... wäre ja nicht schlecht. Hier einsammeln. Hier haben wir nichts, aber gehen wir mal... Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hm. Hm. Okay. Hier ist sonst nichts. Hm. Okay, schreit da jemand um Hilfe? Die haben die Schenke. Ja, zu spät. Wow. Gut, dann gehen wir nochmal. Das ist aber auch so ein Witz. Drei, die in der Luft rumfliegen und Fernangriffe machen können. So, mitnehmen. Das macht ja auch keinen Spaß. Der hat mich gerade erschrocken. Ja, aber der Typ, der vorher sagte, komm, behalte dich. Was hat das so lange gedauert? Hattest du Verstopfung? So. Der erste ist tot. No. 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 Oh. So. Hey, Ziggy. Wer bist du? Hallo? Oh, w-wait. You won't eat me, will you? Oh, I was... I was on a treasure hunt. Oh, w-wait. But I ended up being the hunted. I owe you my life, sir. I'll share the treasure with you once I find it. Say, why is there nothing but Yagwais in this so-called Buddha's realm? Can I look to you to save me again, sir, if they come back? W-wait without. Round and sweet. Read within a summer treat. Where can I find something like that in this frozen land? Green without. Round and sweet. Read within a summer treat. Where can I find something like that in this frozen land? Ja, keine Ahnung. Okay, hier geht's weiter und da geht's weiter. Überall geht's weiter. So. So. Was haben wir hier Schönes? Okay. Aufheben. Ist das... Blau-Röckner-Romanche. Seltsamer Name für ein Getränk. Aber okay. Oh, das bist du. Okay. Hier haben wir sonst nichts. Erstaunlich. Eigentlich nicht. So. Mhm, 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 mhm. Gut. Gut, dann gehen wir den Weg hier hoch. Kämpfen uns durch all diese Mörder gern Angefrorenen. So. So. Und jetzt bei dem. So. Und der, da ist es, oder? Ja. Oh. Er hat noch einen gefunden. So. 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 Schnell alle umwerfen. Und noch den. Und hier sind wir wieder Okay So wäre da so ein Schuh draus Gut Dann haben wir das auch erledigt Einmal hier Und wir haben ja jetzt was mit Tränken zu tun Das Wichtige Was Drei Mixturen kann man hier Jeder Schluck stellte 30% wieder her Erhöhte Bewegungstempo moderat Ist so viel wie die aufgewertete Und man kann Schrei Verdammt Ich lasse es zuerst noch So wie es ist Wir haben ja den Weg Durchgemacht Okay Wir wissen ja wo es weiter geht Aber Mir kam noch in den Sinn Wir haben ja bei einem Gebiet Ich glaube es war hier Ein Weg nicht zu Ende gegangen Sind wir ein Weg nicht zu Ende gegangen So 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 wir sind ja hier hoch gegangen Da oben sind wir dann Links rum So hier da Sack Weiter gegangen Und dann Kommen wir auf die Schildkröte Aber es gibt hier ja noch einen anderen Weg Und ich will wissen wo der uns hinführt Okay Hi So 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 So. Hm. Ah. So. Ja. So, heilen. Ja. So. Also, als erstes müssen wir... So. Hier einsammeln. Au. So, heilen. So. So. Da drüben ist er. Au. So. Tränken. Oh. Bam. Oh. 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 I don't know. Oh. 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 Das kotzt mich gerade extrem an. Gut. Hier war ja. Angriff? Ja. So, wir können Zeit geben zum Ausruhen. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.